das war wieder spannend das ding ist jetzt wahrscheinlich so so und das haben wir uns ich werde keine Sachen wegpacken ja den kann ich nochmal Okay, dann gucken wir uns einmal an. Okay. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Only a true ally of Illantoth may pass. What think you of the Zolkir known as Zastam? You remember stories of Zastam, a powerful lich in Thay who made deals with dark gods. A poor choice. You will be purged. Maybe not. Wir laden mal wir laden einfach mal gucken wir I do not know this name if you are known to my master step forward and declare yourself an ally wise Ich kann nicht aufhören zu bleiben. Du bist nicht mein Meister. Wenn du sein Alli bist, stehe vor und erkläre es. Wunderlich. Dann werden das auch nicht sein. Versuch's mal mit ihm. Versuch's nochmal mit ihm. Dann gucken wir mal. Wunderlich. Du bist nicht mein Meister. Wenn du sein Alli bist, stehe vor und erkläre es. Wunderlich. Du bist nicht mein Meister. Wenn du sein Alli bist, stehe vor und erkläre es. Wunderlich. Wunderlich. Du bist nicht mein Meister. Du bist nicht ein Zalkier. Aber du bist ein Wunder. Wunderlich. Du bist nicht ein Zalkier. Aber du bist ein Wunder. Wunderlich. 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 Das war das. Das hat funktioniert, alter. Wozu in der Hölle bin ich hier, alter? Digga, wie groß ist das hier? Hier kommen noch viele... ...und schöne Überraschung auf mich zu. Ja, da war ich ja eben. Okay, wir machen Stück für Stück. Da werden wir hier die Sachen plündern. Aber wozu das Geheimnis? Geheimnistuerei? Wenn man hier eh nix wirklich was findet. Oh, Tafel. Moment mal, das ist doch hier... Digga, das ist doch von Dings. Ist das nicht dein Vorschussbereich? Steig! Tafel II. Ich glaube, dass es dieser großart, um keine Kampf zu verletzen? Das ist ein Herz aber. Ist das schwerere Rüstung? Ich glaube nicht, ne? Was ist das? So, ähm, diese Handschuhe, wird keine Handschuhe kommen, dann kriegst du einfach mal. Wie grau, dass sie grau ist? Hier war ich noch nicht drin, ne? Das ist ein Hebel. Das war aufhändig verfolgende Sachen, äh, aufzunehmen hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein Leiter hoch, machen wir gleich jetzt. Hier war ich doch schon. Lel. Das ist die Tür, die ich nicht öffnen konnte. Ach, hier war ich schon. Wie geht's denn noch lang? Das ist jetzt nicht die Tür, die ich nicht öffnen konnte, sondern das war einfach nix. Das war der Geheimgang. Das ist der Weg, von wo ich gekommen bin. Hier gibt's einfach gar nix. Soll ich hier ja bestimmt irgendwas noch finden? Das war's. Das war's. Aber ich weiß nicht. ich muss da reinkommen oh ich muss irgendwo da mal Schlüssel finden hier äh wird so ein Chef Schlüssel noch sein äh wird der scheiß Schlüssel sein aber nein Das war eine Bedeutung dieser Größe, ohne einen Kampf zu haben. Wo ist der verdammte Schlüssel? Oder vielleicht ein Hebel. Muss ja nicht immer Schlüssel sein, kann doch ein Hebel sein. Irgendwo ein Hebel an der Wand. Ja, der war ja viel da. Noch das Licht machen. Ja. 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 Bisschen diese verkackte Schüssel durch dir. Bisschen diese verkackte Schüssel. Ich weiß wieso immer die ganzen Bücher, die ganzen Sachen lesen, die ich habe, ne? Quasi beschwören, okay. 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 So. Was ist da rein? Was ist irgendwie rein? Was ist da rein? Was ist da rein? Ich werde das noch finden, ich sag's ja. Was ist da rein? Was ist da rein? Was ist da rein? Was ist da rein? Ja... Was ist da rein? Was ist da rein? Was ist da rein? Habe ich auch wirklich alle rausgeguckt? Was ist da rein? 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 Kein Sinn... Irgendwas versehe ich doch ey... Aber sowas von... und ein von diesen dinger könnte ein schalter sein ich war aber mal kaputt dann ist das so Das war's. Das war's. Das geht nicht kaputt. Das war's.